Seid gegrüßt, euer Wolf Mengarn hier mit der schockierenden Nachricht. Und zwar ist Artikel 13 vor knapp 10 bis 15 Minuten beschlossen worden. Axel Voss feierte sich, als wenn er der Gott auf Erden wäre. Ich finde es eine bodenlose Unverschämtheit, mit welchen Bandagen da gekämpft wird. Man hat uns einfach übergangen, man hat die Fachleute übergangen, nur damit sie ihre verkackte Scheiß-Gas-Pipeline bekommen. Und ich weiß, das Ganze ist jetzt nicht mehr so sachlich, wie es eigentlich mal sein sollte, aber ich rege mich echt. Ihr merkt es auch anhand der Aufnahme, ich zittere vor Wut, vor Enttäuschung. Wie gesagt, Voss hat sich da gefeiert wie sonst was. Es ist echt ein Ding der Unmöglichkeit. Artikel 13 wurde beschlossen. Ja, und Deutschland hat jetzt zwar zwei Jahre Zeit, um es in nationales Recht umzuwandeln. Also wahrscheinlich die nächsten zwei Jahre wird es noch nicht allzu schlimm sein. Ich hoffe nur, dass am 26.05. die CDU aus dem EU-Parlament mit Pauken und Trompeten geschmissen werden. Und auch 2019 nicht eine einzige Person mehr diese Lobbyisten nur noch einmal ansatzweise wählt. Weil das, was sie hier machen, hat mit Urheberrechtsschutz rein gar nichts mehr zu tun. Ja, ihr merkt, ich bin wirklich sehr stark aufgeregt. Die Worte sind auch etwas krasser, als man sie von mir gewohnt ist. Ja, was bleibt uns jetzt noch als einziges übrig, zu den Wahlen zu gehen und die CDU aus allen Ämtern rauswählen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die CDU und CSU mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederzulegen haben, weil es waren Täuschungen, äh, psalach, sie haben uns allesamt mit dem angeblichen Urheberschutz getäuscht, nur weil sie mit Frankreich ein Deal durchhauen wollten, damit die, damit Deutschland weiterhin ihre scheiß Gaspipeline zum Gunsten von Startup-Unternehmen und zugunsten von uns Creatoren durchhauen dürfen. Ich bin, wie gesagt, ich bin fassendurch. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, es tut mir leid. Wir haben wirklich alles gegeben. Wir sind friedlich geblieben. Jetzt bleibt uns wirklich nur noch die Möglichkeit, die CDU aus allen Ämtern zu wählen. Und ich hoffe, dass die Stimmen jetzt erst recht richtig laut werden und wir uns das alles nicht gefallen lassen. Nicht nur friedlich demonstrieren, sondern sie auch aus allen Ämtern wählen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die CDU mit sofortiger Wirkung alle Ämter niederzulegen hat. Weil das war argwöhnige Täuschung, was sie dort gemacht haben. Von wegen Urheberschutz. Also, es ging ihnen einzig und allein um ihre scheiß Pipeline. Ich weiß, ich wiederhole mich ziemlich häufig. Aber ihr merkt es, ich bin wirklich extremst, oder stehe extrem unter Schock. Ich weiß sonst nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist ein Ding-Dorn-Möglichkeit. Ich habe mir einen Livestream diesbezüglich angeguckt und wie ich das mitgekriegt habe. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Zwei Jahre haben wir jetzt noch Zeit, beziehungsweise hat die deutsche Regierung Zeit, das in nationales Recht umzusetzen. Ich hoffe natürlich, dass nächstes Jahr die CDU mit 0,0% Stimmen aus den Wahlen rausgehen. Genauso wie jetzt aus der EU-Parlamentswahl. Nur bitte bei aller Hut, die mehr als berechtigt und verständlich ist, wählt keine braune Partei. Ja, das war mein Bericht zu dem, was heute passiert ist. Ich weiß nicht, ich werde vielleicht die Tage noch mal versuchen, einen etwas sachlicheren Bericht zu machen. Ähm, ähm, oder vielleicht... Ja, ich muss das Ganze erst mal sacken lassen. Ob heute Abend diesbezüglich ein Stream kommt, kann ich noch nicht sagen. Aber ich kann eine Sache definitiv sagen. Ich werde nicht kampflos untergehen. Ich werde weiter für unser Recht kämpfen, weil nicht alle YouTuber begehen Urheberrechtsverletzungen, so wie es der Voss gerne haben will. Und ich kämpfe auch für das Recht, für Schriftsteller, etc. zum Artikel 11 und... äh, für Artikel 11, für Artikel 13, beziehungsweise gegen Artikel 11 und gegen Artikel 13. Weil die Verlage, bei denen muss ich mich allerdings noch mal ein klein wenig entschuldigen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass das Ganze im Sinne der Verlage, ja, kommen sollte. Jetzt hat sich herausgestellt, dass es nur um ihre beschissene Pipeline ging. Äh, daher muss ich mich bei den Verlagen noch mal ein klein wenig entschuldigen. Äh, das war nämlich auch, ja, eine argwöhnische Täuschung, die die CDU, CSU ja praktiziert hat. Ja. Wie gesagt, ob heute Abend ein Stream kommt, kann ich noch nicht sagen. Wie es jetzt weitergeht, weiß ich noch nicht. Ich werde euch natürlich auf dem, oder versuchen, auf dem Laufenden zu halten. Wenn ich es schaffe, wirklich runterzukommen, werde ich euch, na, also runterkommen werde ich auf jeden Fall. Ich meine jetzt nur, heute Abend runterzukommen. Dann werde ich natürlich euch heute Abend das Let's Play weiter zeigen. Ansonsten seht es mir bitte nach. Es ist ein Schlag in die, ich sage es jetzt wirklich in Gossen-Sprache, weil mir fallen keine anderen Worte mehr ein. Außer es ist ein Schlag in die Fresse der freien Meinung und der Demokratie, was hier abgeht. Zu dem, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, nicht alle Creator machen Urheberrechtsverletzungen. Und das sieht die CDU hier überhaupt nicht ein. Nur, äh, sie sehen nur, Hauptsache, wir kriegen unser Geld, Hauptsache, wir kriegen unsere Pipeline. Und da sage ich, nein. So, ihr merkt, das Zittern wird immer stärker. Ich beende jetzt die Aufnahme hier. Ich hoffe, dass ich heute Abend euch das Ganze präsentieren kann. Ansonsten geht es die Tage weiter. Lasst den Kopf nicht hängen. Wir kämpfen weiter. Lasst uns weiter friedlich demonstrieren. Nur bitte, macht keine Drohung gegen irgendwelche Politiker. Ich bin auch stinksauer auf den Voss und auf die CDU. Bin auch der Meinung, dass sie in der Politik absolut nichts mehr zu suchen haben. Und, äh, beziehungsweise die alten Säcke nichts mehr in der Politik zu suchen haben. Und, bin oder versuche trotzdem weiterhin sachlich zu bleiben. Uns bleibt jetzt, wie gesagt, nur die Möglichkeit der Wahlen. Wenn ihr mögt, bis heute Abend oder eventuell die Tage. In diesem Sinne gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan bin, wie ich und ich bin,